Hallo Leute und willkommen beim Sparmac. Es wird endlich Zeit für unseren gemeinsamen Erfahrungsbericht zum OnePlus 9 Pro. Ich bin unglaublich gespannt was du zu diesem wunderschönen Smartphone zu sagen hast. Ich weiß gar nicht mehr was ich zu erzählen habe, weil mein Testbericht ist schon so lange online. Ich muss dazu sagen, OnePlus dickes Lob an euch dieses Mal dafür. Ihr habt uns das Gerät nicht nur irgendwie vor Marktstart sondern echt schon über eine Woche vor Marktstart zukommen lassen. Das ist nicht selbstverständlich. Dieses Mal mit allen Infos. Sonst war das immer, was beim letzten Mal war glaube ich 90 Minuten vor das NDA fällt. Das ist für die schreibende Zunft und Grüße an die Kollegen. Das ist ja kein Ding. Die ändern dann mal fix eine Zahl oder machen das, was sie freigelassen haben. Aber selbst für die ist es nicht einfach einen Testbericht zu machen, weil das muss ja irgendwie immer im Hintergrund gehalten werden. Ja aber dann machst du so drei, du hast ja so eine grobe Hausnummer, dann machst du drei Szenarien nach dem Motto, wo du denkst für den Preis so, für den Preis so, für den Preis so. Aber wir armen Video Hasen, die dann vielleicht auch noch nicht noch mal zum NDA direkt schon nach drei Tagen den Testbericht fertig haben, sondern vielleicht dann erstmal so einen ersten Eindruck oder sowas machen. Und wenn du dann da noch stehst und den Preis nicht kennst. Deswegen, wie Franz sagt, ich schließe mich hier den Dankes Lobeshymnen an. So bitte zukünftig immer. Und da muss man auch sagen, ist von Plus auch eher unangenehm aufgefallen. Aber diesmal alles top. Und vor allem diese Mega Box. Nicht nur das Pro in der Box, sondern auch das Normale und Hüllen. Und ha, schön. So kann es gerne weitergehen. Aber heute geht es um das Pro-Modell. Ich glaube, Hardware müssen wir jetzt gar nicht mehr so großartig diskutieren. Wir gehen das noch mal schnell durch. Wir haben, wie gesagt, ein 6,7 Zoll großes OLED. Oder sind es 6,8 Zoll? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. 6,7, 6,8 waren es letztes Jahr. Mit WQHD-Plus-Auflösung, adaptiven 120 Hertz, einem kleinen Punchhole auf der linken Seite. Snapdragon 888, 4500 mAh starker Akku, 65 Watt Fast Charging. 50 Watt Wireless. Entschuldigung, bin da ruhig. Genau, 50 Watt Wireless. Ich war mir eben gerade tatsächlich nicht mehr sicher. Das habe ich mit Oppo verwendet. Da merkt ihr schon. Also bei mir ist das jetzt schon was länger her mit dem Ding hier. Bis zu 12 GB RAM oder 8 GB RAM, 128 oder 256 GB interner Speicher. 16 Megapixel Frontkamera, aber natürlich das Highlight auf der Rückseite, die Quad-Kamera. Tuned by Hasselblatt oder zusammenentwickelt mit Hasselblatt. Da kommen wir aber gleich noch zu, weil so viel Hasselblatt steckt da noch gar nicht drin. 48 Megapixel Hauptkamera, 50 Megapixel Weitwinkelkamera. Ich glaube eine 8 Megapixel Telesumlinse und eine 2 Megapixel Schwarz-Weiß-Linse. Also USB-C 3.1, Stereo-Lautsprecher, IP68, mehr fällt mir nicht mehr ein, Folter. Da hast du alles erzählt. Dieses schönen Farben in der kleinen 128 GB Version, in diesem Mist, wie heißt das? Morning Mist, also sehr viel Mist. Also gibt es in Silber und Schwarz. Und Silber und Schwarz gibt es auch in der größeren Version. Plus Grün. Ich finde es sehr schade, dass wir dieses Grün nicht haben. Ich habe es auch gesagt. Ah, Grün. Also ich habe ja diesen Livestream mit OnePlus gemacht und da hat mich einer gefragt, welche Farbe, also ob dieses Morning Mist, das Schöne und alles, kommen wir aber gleich noch mal zu. Aber ich hätte tatsächlich lieber das Grüniger, weil das soll ja auch komplett nacht sein. Ich würde sagen, wir machen es wie immer, Faultier. Wir beginnen mit den Punkten, die uns gefallen. Und da fange jetzt ich dieses Mal an, weil du hast es ja schon angesprochen. Design, Haptik und Verarbeitung. Also, lass es mich so sagen. Ich habe ja das OnePlus 8 Pro lange als Daily Driver benutzt, habe dann gesagt, ist alles schön, aber wenn ich was kritisieren würde, dann, dass es mir doch etwas zu groß ist, etwas zu schwer ist. Groß und schwer ist es eigentlich noch immer, aber es ist leichter geworden, es ist auch etwas handlicher geworden. Und ich finde, sie haben einfach durch dieses Edge Display, was jetzt wirklich nur noch ganz leicht gebogen ist, die haben das echt gut hinbekommen dieses Mal. Ich habe die beiden lang miteinander verglichen und ich finde schon, dass das 9 Pro, also ich habe es einfach deutlich lieber in der Hand und ich finde es etwas handlicher. Es ist nicht handlich, es ist kein kleines Smartphone, aber das haben sie echt gut hinbekommen. Dazu wieder die Verarbeitung, die hervorragend ist. Wenn ich eine einzige Sache kritisieren soll, dann an dieser Morning Mist Farbe. Heißt das wirklich Morning Mist? Mir kommt das irgendein. Morning Mist? Ja, ja, alles gut, ich glaube dir das. Und, also Mist wusste ich noch, aber das mit dem Morning davor nicht mehr. Das auf der Unterseite, also im unteren Drittel, so ist es ziemlich anfällig für Fingerabdrücke. Oben ist es wirklich gut gemacht. Deshalb, wie gesagt, mein Tipp wäre hier tatsächlich die grüne Farbe. Oder schwarz. Oder schwarz. Wobei, da werdet ihr auch Fingerabdrücke sehen. Also schwarz ist ja immer so. Ja, aber ich bin da komplett bei dir. Morning Mist ist auch nicht so meine Farbe. Es ist halt wirklich Hälfte Spiegel, Hälfte matt. Und du stehst dann und denkst dir, warum ist das nicht alles matt? Und öfter mal was Neues. Von der Haptikverarbeitung, Design bin ich komplett bei dir. Ich trauere auch ein bisschen meinem OnePlus 8 Pro nach. Für mich nach wie vor, das ist mein Überraschungsgerät, Highlife letzten Jahres an Smartphone. Hätte ich nicht mehr gerechnet. Hat mir unglaublich gut gefallen. Auch dieses matte Blau von diesem Gerät. Also in der großen Version. Das war schön, 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 schön. Mein Highlight war ja das Blau vom 7 Pro damals. Das hätte ich gerne nochmal. Das war nochmal das dunkler. Und dann dieses aber knalligere Blau vom 8 Pro fand ich auch schön. Aber auch bei mir dieses Jahr das 9 Pro. Schöne Nummer. Leichte Verbesserung. Gefällt mir. Das Einzige, was ich so von der Haptikbedienung. Wobei negative Sachen machen wir nachher. Ich gehe einfach zur nächsten positiven Seite. Vielen lieben Dank, dass du mir das Display überlässt. Weil das hier ist wieder ein Traum. Das ist einfach wieder ein Traum. Franz hat es gesagt. 6,7 Zoll, 120 Hertz, AMOLED-Display. Was ist das? BQHD Plus Auflösung. 525 ppi dann im Maximum. Schönes Display. Es ist keine Frage. Kommt wahrscheinlich wieder. Es ist von Samsung. Machen wir uns nichts vor. Leicht gebogen. Das ist das gleiche wie beim Fine X3 Pro. Und das ist einfach. Das war da toll. Das ist hier toll. Richtig, richtig, richtig schöne Display. Displays, die ich mir eigentlich nur noch wünschen würde. Auch in angebissenen Apfeln und wo auch immer. Tolles, tolles Display. Und man muss wirklich keine Angst haben vor Fehleingaben. Oder vor allem bei diesem Curved. Weil es, wie Franz sagte, wirklich dezent ist. Selbst wenn ich von der Seite drauf gucke. Wo man ja sonst immer. Ja, hier sehe ich auch noch so einen leichten, hellen Streifen. Je nachdem, wenn man von der, was weiß ich, Videos guckt. Von der Seite drauf guckt. Aber keine Bedenken haben. 1A Display. Genug der Lobhudelei. Du darfst den nächsten Punkt dir aussuchen. Wie gesagt, dem Display-Part von V8 habe ich nichts hinzuzufügen. Für mich aktuell eins der Top 3 Displays auf jeden Fall. Das ist vom S21 Ultra finde ich nochmal einen Tick besser. Aber das hatten wir ja beim Oppo-Video schon oft genug. Gut, gehen wir weiter zum nächsten Punkt. Und das ist bei OnePlus eigentlich immer so. Die Performance finde ich wieder klasse. Also das ist ja so, deren Streckenpferd schon, wow, seit langem. Wieder hier, also da ist jetzt nicht viel anders, muss man dazu sagen, als beim 8 Pro, finde ich. Also, dass ich jetzt irgendwie sagen würde, hey, das ist jetzt so ein großer Mehrwert. Aber was ich gut finde, ist, dass sie das mit der Wärmeentwicklung echt gut hinbekommen haben. Anders als jetzt zum Beispiel Xiaomi mit dem Mi 11. Also die Performance ist klasse. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist am Anfang. Also mit dieser ersten Software, die wir hatten, wo ich zehnmal nachgefragt habe, Leute, ist das alles final? Da war es tatsächlich so, finde ich, dass das Scroll-Verhalten ein bisschen komisch war. Wenn du quasi in Twitter drin warst oder so, das irgendwie, es wirkte nicht langsam, aber es war ein komisches Scroll-Verhalten. Das war zum Beispiel beim OnePlus 9 anders, das war auch beim 8 Pro anders. Ich finde jetzt mit irgendeinem der letzten Updates, und da kamen viele in den letzten Tagen und Wochen, ist das in Ordnung. Also ich bin mit dem Scroll-Verhalten zufrieden. Viele haben das ja auf dieses adaptive Display geschoben. Aber ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich bin mit der Performance eigentlich absolut zufrieden hier. Also kann ich nicht viel mehr zu sagen. Aber wie du sagtest, deswegen habe ich gehofft, dass du Performance nicht sagst, weil es so ein schöner Pluspunkt ist. Es ist einfach vom allgemeinen Bedienungsgefühl. Man hat dieses Gerät in der Hand und es ist einfach nur wusch, 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 wusch. Das, was OnePlus wirklich seit Anbeginn aller Zeiten oder seit vielen Generationen einfach drauf hat, dass es einfach nicht überfrachtet ist. Die Animation, es ist flüssig, 120 Hertz. Die Leistung ist da. Wärmeentwicklung deutlich besser als beim Xiaomi Mi 11, was wir jetzt so einen Vergleich hatten, auch mit dem 888. Es wird auch natürlich warm, wenn man das fordert, gar keine Frage. Aber es ist deutlich besser gelöst. Also performance-mäßig auch bei mir ein richtig, richtig dicker Pluspunkt. Du bist dran. Nach dem richtig dicken Pluspunkt mache ich jetzt einen ganz kleinen. Das ist wieder seit Ewigkeiten. Es ist wirklich eine Kleinigkeit. Aber den Vibrationsmotor hier drin, das haben die einfach wieder drauf. Ja, bin ich aber voll bei dir. Das haben die diesmal so... Besser als jeder andere im Android-Bereich, oder? Wie oft ich dann einfach hier mit dem Magic-Switch hin und her wechsle, um dieses leichte haptische Feedback zu spüren. Das ist so, was jedes Mal, wenn dieses Ding in meiner Hand vibriert... Fast wie bei Apple. Also es ist so, aha, das ist so ein befriedigendes Gefühl. Klingt jetzt natürlich doof, wenn ich das in Verbindung mit dem Vibrationsmotor sage. Aber wenn man das Teil in der Hand hat... Das kennen wir doch von dir. Und da, deswegen, ja, wollt es doch auch. Das ist hier wirklich ein riesiger Pluspunkt. Also alle anderen Hersteller da draußen, guckt euch mal an, wie OnePlus hier die Vibrationen umsetzt. Das ist jedes Mal, wie heißt es immer so schön, on point. Du hörst, es ist wieder Let's Dance-Zeit. Ich bin richtig gut im Urteilen, im Bewerten... Ich habe gehört, es gibt auch Let's Dance-Kids irgendwie, oder? Ja, vor allem die, die da teilnehmen oder gewinnen, sind dann die, was waren das, die Let's Dance-Tanzsternchen oder irgend sowas. Aber gucke ich jetzt nicht, aber ich bin ja seit Ewigkeiten ein riesiger Let's Dance-Film. Und gerade die, wie sie Sachen beurteilen und bewerten, die Mozi und der Roche und natürlich der Lambi ist bei mir. Ich glaube, sowas sollten wir auch mal für Smartphones machen. Da müssten wir uns noch jemanden suchen. Da machen wir auch zu dritt mit Punktekarten. Und dann können wir ja so eine solche Sachen machen. Und jeder kriegt eine andere Rolle. Der eine eher so grumpy, hochkritisch. Der andere, yeah, super. Und hey, das passt. Den exotischen Akzent hast du schon. Also ich soll Jorge sein. Also optisch. Dann bist du aber Mozi. Mozi, wie heißt sie? Mozi Mabuse. Nein, also tut mir leid, dass ich gerade abschweife. Aber das ist halt wirklich schöne Sache, dieser Vibrationsmotor. Emotional echt eine gelungene Nummer. Also hebe ich gerne mal heraus. Ich habe das tatsächlich auch hervorgehoben. Also da seht ihr schon, der ist wirklich gut, wenn wir beide uns da bei so einem Randthema, sage ich jetzt mal, so einig sind. Ich habe dann auch dazu geschrieben, und da muss ich jetzt spicken, weil ich so viele einzelne Punkte da noch habe. IP68, die wirklich guten Lautsprecher. Natürlich, das ist 5G, unterstützt der Fingerabdrucksensor, der mir wieder richtig gut gefällt für so einen In-Display. Und halt die Software. Also das zusammen mit dem Vibrationsmotor war von mir wieder so ein dicker Punkt, Pluspunkt. Weil das sind halt alles kleine Pluspünktchen eigentlich, aber das zusammen ergibt für mich halt schon ein starkes Argument. Ich finde einfach, dann noch mit der Software, mit dem Fingerabdruck, das hast du halt einfach alles richtig gerne in der Hand. Du hast hier mittlerweile wirklich alles. Das war nicht immer so bei OnePlus, aber das haben sie gut hinbekommen. Ja, bin ich. Ich bin wieder dran, oder? Ja, also es war halt dieses Drumherum. Beim Fingerabdrucksensor, ja, normaler Optiker, da motze ich nachher ein bisschen rum, aber eher über, ja, aber gleich. Such dir, schnapp dir ruhig was. Ich bin mal sehr gespannt, weil wir haben ja noch zwei große, fette Felder. Ich bin mal gespannt, wie du die bewertest. Jetzt bin ich, jetzt hau mal raus. Ja, also dann fange ich mal, ich würde jetzt eigentlich über die Kamera gerne sprechen, aber das machen wir eh noch. Ich spreche jetzt erst mal das Thema Fast Charging an, weil da muss ich so eine kleine Lanze brechen. Ja, ja, mache ich. Also das ganze Akku-Thema. Was mir richtig gut gefällt, Thema Fast Charging. Wir haben ja jetzt Warp Charge 65T, das ist jetzt nichts komplett Neues, aber im Flaggschiff dann halt doch, weil beim OnePlus 8 Pro war es ja noch Warp Charge 30. Und es ist hier wirklich krass, also 29 Minuten und dieser Akku ist komplett voll. Und klar, es ist ein 4500 mAh Akku. Ich würde die Akkulaufzeit als ordentlich bezeichnen. Wenn ich das jetzt vergleiche mit dem Oppo Find X3 Pro oder dem Xiaomi Mi 11, ist es, finde ich, unter 120 Hertz bei mir einen kleinen Tick besser. Das Galaxy S21 Ultra ist nochmal einen Tick besser, aber man hat ja auch die Option, wenn es wirklich mal lange gehen soll, diese 120 Hertz zu deaktivieren. Dann bin ich mit der Akkulaufzeit komplett zufrieden. Ich komme aber jetzt auch mit diesen 120 Hertz einigermaßen gut durch den Tag. Das Schöne ist aber halt einfach, wie gesagt, selbst wenn mal was ist, 10 Minuten angesteckt und ihr habt wieder brutal viel Akku. Und das Schöne bei OnePlus ist halt, das Netzteil ist im Lieferumfang. Die Technik steckt überwiegend im Netzteil drinnen. Es bleibt alles schön kühl. Meiner Meinung nach muss man sich da auch über den Akku oder um den Akku keine Sorgen machen. Und wie gesagt, im Vergleich zu Samsung, Apple, habt ihr halt einfach 65 Watt Fast Charging. Insofern kann ich mit der nicht überragenden, aber ordentlichen Akkulaufzeit eigentlich ganz gut leben. Das ist hier wie, ich fühle mich, ich habe so ein leichtes OnePlus Oppo, Oppo X5 3 Pro Déjà-vu, weil es Laden ist einfach wieder Bäm. Das ist dermaßen krass. Vor allem, was war das, Reverse, auch nochmal 45 Watt, also andere Geräte mit 45 Watt aufladen und solche Sachen und dieses 50 Watt drahtlos. Und vor allem diesmal haben sie es ja sowieso gemacht, wenn man diesen OnePlus Lader hat. Da gibt es ja so einen Pluspunkt. Diesmal ist das Kabel nicht mehr fest verbaut, sondern tauschbar. Ja, aber das Ding will ich nicht nutzen, weil dieser Lüfter, es sei denn, du packst es in den Nachtmodus, also Schlafmodus. Das willst du nicht, dann nimmst du lieber 15 Watt oder so und leise. Ja, das Ding kannst du nicht benutzen. Es ist geil, das zu sehen, dass sowas technisch möglich ist. Also, ich soll ja nicht um den Lader geben, aber bevor jetzt einer überlegt hat, den kostet ja, glaube ich, 60, 70, 80 Euro, würde ich nicht ausgeben. Das ist so, nein, dann lieber nochmal ein zweites OnePlus 65 Watt Warp Charge T-Netzteil mit Kabel. Das ist geiler als diesen drahtlosen Lader, der mit Lüfter ist. Aber ich komme durch den Tag, es passt, es passt noch mit den 120 Hertz, aber es ist nicht so krass berauschend, wie ich mir es wünschen würde. Wie Franz sagte, kann man ja deaktivieren, dann hält es nochmal länger. Dann finde ich den Akku, also Laden finde ich traumhaft, finde ich top. Aber die Akkulaufzeit selber habe ich bei mir so ein bisschen, also dann doch unter neutral gepackt. Vor allem, weil ich hatte ein paar Momente, das war WTF. Ich habe keine Ahnung, was der Akkustrom gezogen hatte. Das kann ich dir sagen. Ja, schließ los. Du hast bestimmt das Always-On-Display auf dauerhaft anzeigen. Das waren wahrscheinlich die permanenten Dinger. Nein, 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 das war ein Bug am Anfang tatsächlich. Also, der wurde jetzt mittlerweile gefixt. Ja, nein, 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 sag das nicht. Ich hatte letzte Woche, da habe ich also schon die letzte Software gehabt. Das war immer wieder so kleine Momente, wo ich mir denke, wo sind jetzt diese 10% Akku hin? Ich habe eigentlich nichts gemacht und auf einmal zieht es was und es wird in den Einstellern auch nicht wirklich was angezeigt. Aber ich bin halt immer bequem durch den Tag gekommen. Deswegen, also mir fehlt so das letzte Quäntchen Verlässlichkeit, Glückseligkeit, um den Akku bei komplett positiv zu packen. Das Laden und das Ganze drumherum. Traumhaft. Aber die Akkulaufzeit so mit 120 Hertz eher neutral. Also absolut, ich habe dann halt doch geschrieben, ordentliche Akkulaufzeit, weil, wie gesagt, ich finde sie halt ein bisschen besser als bei Mi 11 oder bei Oppo Find X3 Pro. Und das lasse ich ihnen halt, weißt du, weil die haben einen ähnlich. Aber wie gesagt, ansonsten stimme ich dir da komplett zu. Ich wollte gerade sagen, alles ist besser als Mi 11. Ja, das stimmt aktuell leider. Also mit der Kamera habe ich mir auch schwer getan. Es war so, die Hauptkamera finde ich top. Die Weitwinkelkamera ist ja das zweite, was top ist. Das sind schöne Sachen. Und zwar richtig top. Finde ich richtig, finde ich richtig, richtig toll. Also das Zeug finde ich richtig, richtig gut. Es sind dann, also nur, wenn mich jetzt einer fragt, Hauptkamera, Weitwinkelkamera, auch von mir aus die Videoaufnahme mit der Hauptkamera, der Ton, diesmal wieder richtig gut gelungen. Das ist das, was das Zeug wirklich toll kann. Dann habe ich aber gleichzeitig wieder so Sachen. Ich habe echt Probleme mit den Nachtaufnahmen gehabt, die bei mir wirklich, es waren rauf und runter der Gefühle. Zoom finde ich diesmal eher negativ behaftet. Also Zoom ist diesmal nicht so ganz. Vielleicht kommt da noch was. Also jetzt andersrum. Kamera finde ich, wie ich meinte, die Hauptdisziplin, vernünftige Fotos, was man so hat, tagsüber Weitwinkel, diese beiden Möglichkeiten zu haben, abgeglichen haben, finde ich toll. Am Anfang fand ich diese Hasselblatt Farboptimierung gewöhnungsbedürftig. Sagen wir es mal so. Das war mir vielleicht ein bisschen zu über... Ja klar, weil du deine komplett übersättigten iPhone-Farben gewöhnt bist. Ja, sag das nicht. Es ist so, ich habe das Gefühl, OnePlus habe ich immer für die coolen HDR-Aufnahmen gelobt und gemocht. Und auf einmal sah fast jedes Foto wie so eine krasse HDR-Aufnahme aus. Dann musste ich mich erstmal so ein bisschen nochmal dran gewöhnen. Deswegen, also Hauptkamera, Weitwinkel finde ich super. Den Rest eher, naja, vielleicht kommt ja noch was. Also ich stimme dir prinzipiell zu, mit der Aussage, also Haupt- und Weitwinkelkamera sind super. Ich habe ja jetzt letzte Woche so einen Bildvergleich gemacht zwischen OnePlus 9 Pro und 8 Pro. Da sieht man das mit der Weitwinkelkamera ganz deutlich. Also die ist jetzt auch endlich bei Low-Light brauchbar. Ich muss sagen, also ich bin auch mit den Low-Light-Aufnahmen ziemlich zufrieden. Muss dazu jetzt aber gestehen, dass ich nicht so viel unterwegs war, wie ich es normalerweise wäre, weil es halt aktuell einfach nicht geht. Also da kann man natürlich noch mehr ausprobieren. Ich bin mit den Low-Light-Aufnahmen aber zufrieden. Ich bin auch mit dieser Hasselblatt-Sache insofern zufrieden, dass ich schon finde, im Vergleich zum Vorgänger ist die Farbwiedergabe deutlich besser. Ja, ich stimme dir zu, teilweise wirkt es übertrieben. Aber wenn man es dann wieder vergeicht mit dem, was ein iPhone macht oder vor allem die Samsung-Smartphones, finde ich das hier wieder ganz gut. Ob das jetzt für den Laien besser aussieht, sei mal wieder dahingestellt, weil viele lieben ja diesen knackigen Look, weißt du. Also deshalb machen Apple und Samsung das ja so. Aber sei dahingestellt. Was mir nicht so gut gefällt, ist die Frontkamera. Danke. Das ist jetzt irgendwie seit Jahren der gleiche Sensor. Also da, bitte Leute, das geht besser. Diese Monochrom-Kamera hätte man sich meiner Meinung nach sparen können, aber das ist jetzt nichts Neues. Bei Telezoom war ich auch erst deiner Meinung, aber dann durch diesen Vergleich mit dem 8 Pro habe ich mal wieder gesehen, es ist auf jeden Fall besser als letztes Jahr, aber es ist halt immer noch weit von dem entfernt, was zum Beispiel Samsung mit einem Galaxy S21 Ultra macht. Das ist absolut klar. Du merkst einfach, dass dieses Fokus wie beim Oppo, beim Schwestergerät, sag ich mal, einfach auf dem Weitwinkel liegt und das Zoom einfach, da sagt Juan Plus wahrscheinlich auch, wir haben die Leute gefragt, was wollt ihr lieber haben, Weitwinkel geil oder Zoom geil und das heißt, die ist Weitwinkel geil und da war einfach dieses Mal der Fokus. Ja, aber ansonsten bin ich dabei. Frontkamera, du hättest es nicht besser sagen können, Frontkamera regt mich teilweise total auf, weil seit Ewigkeiten, und vor allem, das ist hier das Pro, das ist hier Flagship. OnePlus macht hier die Kooperation mit den Hasselblatt-Leuten, auch wenn sie jetzt gerade erst anfängt, von dieser Auslöseton. Also es ist nicht so wirklich meins und diese Farbanpassung, mal gucken, was dann in Zukunft wirklich an Hardware-Kooperationen bei rumkommt, aber dass wir dann bei der Frontkamera wieder das alte Ding haben, was immer noch nicht 4K-Videos aufnehmen kann, das ist so Zeug, wo ich mir denke, warum macht ihr das nicht? Also zum Vergleich, der Sensor ist im Realme 8 Pro drin, also der Frontkamera-Sensor, und das bekommt ihr für 259 Euro, glaube ich, das sagt schon alles. Ja, danke. Das finde ich so ein bisschen schade, dass sie da nicht den letzten Schritt noch gegangen sind und das dann auch aufgepasst sind, gerade wenn dieses Jahr der Fokus bei Kamera so toll ist und naja, sie brauchen ja noch was für das, vielleicht gibt es ja 9T Pro, ja, wobei, die ist ja schon 9T Pro, äh, schauen wir mal, also bin ich gespannt. Mehr positiv habe ich nicht. Neutral habe ich dieses Mal gar nichts falsch hier, also ich würde jetzt dann gleich zu den Kontrapunkten gehen, deshalb zähl du mal, wenn du was Neutrales hast. da hatte ich halt den Akku, normale Laufzeit eher bei neutral, da habe ich jetzt, ne, diesen Zoom ein bisschen mit reingepackt, ne, weil, der ist dann doch, den habe ich als Kritik, aber ja. du, ich habe hier gerade in meiner Liste Zoom zweimal, ne, unter neutral und, und mit bei negativ. Ich schwanke halt immer noch sehr, also ganz richtig, mag ich ihn dann doch nicht draufhauen. Ah, und was bei neutral dann doch ist, weil ich ihn halt relativ wenig nutze, weil er eigentlich ja okay ist, der Fingerabdrucksensor, wir haben nur einen optischen, für den Preisen, für die Preise, die OnePlus aufruft, hätten sie doch auch problemlos, den Ultraschallsensor auch noch von Samsung einkaufen können. Und ich finde ihn ticken zu niedrig, wieder mal, ne, ich glaube, das hatte ich beim Oppo auch kritisiert, er ist halt einfach, was heißt ich, einen halben Zentimeter weiter Höhe, hätte ich besser gefunden. Parallel ist es aber so, dass wir hier wieder mit der Gesichtsentsperrung genau so ein Lesefair-Gesichtsentsperrungsding haben, was im Endeffekt alles entsperrt. Ich kann mir zwei Drittel vom Gesicht zuhalten und das Gesicht wird trotzdem entsperrt, dass ich den Fingerabdrucksensor so gut wie nie brauche. Also, ne, und deswegen, das war mein letzter neutraler Punkt doch. Ja, also wie gesagt, beim Fingerabdrucksensor, ja, ich weiß, was du meinst, weil diese Ultraschall-Geschichte ist ja nochmal etwas sicherer, aber was so die Qualität angeht, also Zuverlässigkeit, Schnelligkeit, ziehe ich die Optischen immer noch vor. Also bleibe ich dabei. Diese Ultraschall-Lösung ist mir da immer noch ein bisschen zu langsam und unzuverlässig. Du triffst die Dinger halt immer mit deinen dicken Daumen. Ich habe so kleine Daumen, das heißt, wenn ich das Ding mitten in der Nacht entsperre, ne, dann leuchtet mir dieser grüne Punkt ins Gesicht und ich bin... Ach, das stört dich. Das ist das, was mich bei den Optischen immer so stört. Wenn die weniger leuchten würden, dann fände ich die auch total tuffig, aber bei mir ist es dann oft, dann guckst du nachts nochmal drauf, warum auch immer und dann triffst du den Fingerabdrucksensor nicht, weil Gesichtentsperrung ist ja nicht mit 3D, Bluetooth, Ultraschall, Tritratolala, Infrarot war das Wort, was ich suchte. Das heißt, du musst dann in der Regel diesen Gesicht-Fingerabdrucksensor brauchen und wenn der dann so grell leuchtet, ja, kriege ich ein Gefühl. Ja, das sind dann die Probleme der älteren Leute, also das finde ich jetzt auch gut, nein, die Probleme mit den Leuten mit kleinen Daumen. Nennen wir es mal so, sagen wir es mal so, die armen kleinen Daumen. Dann sind wir jetzt aber bei der Kontraliste 2. 2 meiner 4 Punkte hatten wir ja schon, also Frontkamera und Telesumlinse. Ich habe dann nur noch, dass der Speicher halt nicht erweitert werden kann und hier gibt es ja auch jetzt dieses Mal keine Optionen auf 512 GB, also was heißt, dieses Mal gibt es ja nie bei OnePlus, aber gibt es halt in diesem Fall nicht und dann habe ich nur halt noch den Preis. Der Preis ist niedriger als jetzt bei den anderen, also bei Samsung oder Apple habe ich das immer als fetten Punkt gehabt. Ich finde aber halt immer noch 899 Euro ist natürlich schon auch an sich weit entfernt von dem, wofür OnePlus mal stand. Ich finde trotzdem, finde ich den Preis gerechtfertigt, also auch verglichen mit der Konkurrenz, aber man muss ja bei OnePlus immer im Hinterkopf behalten, die Preise sinken da ja auch nicht so stark wie jetzt bei Samsung oder bei Oppo oder bei vielen anderen. Und ja, also insofern, der Preis ist jetzt nicht überwältigend, sage ich jetzt mal, aber ich finde halt einfach und das nehme ich mein Fazit schon vorweg, aber kann ich ja jetzt machen, wieder, ich mochte das 8 Pro sehr gern wegen des Gesamtpakets, ich mag das 9 Pro sehr, weil ich finde, es ist ein richtig stimmiges Gesamtpaket mit toller Performance, tollem Display, toller Software, wirklich einer guten Kamera, die für mich schon nochmal verbessert wurde und ich habe kaum größere Spächen. Ist es das beste Smartphone auf dem Markt? Nö, vermutlich nicht, weil zum Beispiel ein Galaxy S21 Ultra ist beim Zoom nochmal besser, manche sind bei der Akkulaufzeit nochmal etwas besser, aber das leistet sich für mich halt keine großen Schnitzer. Ich habe es sehr gerne in der Hand und deshalb kann ich es alles in allem definitiv weiterempfehlen. Es ist kein riesiger Sprung im Vergleich zum Vorgänger, dafür war der Vorgänger auch einfach viel zu gut, finde ich, aber es ist eine gelungene Evolution. Damit bin ich jetzt eigentlich schon fertig. Schöne Sache, das ist halt die Nummer OnePlus 8 Pro, ich hatte es eingangs gesagt, weil mein Überraschungsgerät letztes Jahr war für mich toll, vielleicht waren die Erwartungen an das 9 Pro deswegen ein bisschen zu hoch, weil es ist halt dieses Jahr nicht dieses Ding, wo ich mir denke, er sticht so heraus, das hat mich so begeistert, so überrascht. Nö, es ist halt einfach nur normales Update, ohne jetzt krass herauszustechen. Das OnePlus mit den Preisen, sie haben einfach nur Glück, dass Oppo deutlich teurer ist. Klar, da sind die Speichergrößen schwerer vergleichbar, aber wenn man nicht die 150 nimmt, sondern sagt, man trifft sich so bei 200 Euro, um es irgendwie vergleichen zu können, das rettet das Gerät so ein bisschen, das ist halt, aber es ist halt weit entfernt von diesem jetzt super duper Schnäppchen-Angebot, weil wie du sagst, das ist ein S21 Ultra von Samsung, das ist jetzt auch nicht mehr so preislich so viel weiter weg und gerade OnePlus ist ja dann doch gerade in diesem, ich will nicht sagen, Flagship-Killer, also hier zeigen sie mal endlich, dieses Gerät will ja ein Flagship endlich mal sein. Damit sind sie ja letztes Jahr mit den Pros gestartet, um dann zu sagen, hier, guck mal, also vor zwei Jahren mit den Pros gestartet, hier, guck mal, was wir können. So, das ist jetzt so ein bisschen, es ist ein 1A-Telefon, sehr, 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 sehr toll. Wir haben es ja gerade gesagt, ich benutze es auch sehr gerne, aber es ist jetzt nicht mehr das, wo ich mir denke, wie letztes Jahr, hey, wenn ich mir jetzt 1A aussuche, dann will ich unbedingt dieses Gerät haben, sie haben es einfach deutlich schwerer hier mitgemacht und wie Franz auch sagte, Preissenkungen sind hier sehr schwer. Wie keine andere Marke im Android-Lager ist es bei OnePlus eigentlich sehr preisstabil. Man hat immer wieder Angebote von irgendwelchen Info-Zeiten, bin ich mal sehr gespannt, wie sich das dieses Jahr verhält mit den Neunern, mal gucken, was sie mit der Nord-Reihe machen, aber auch ja, mit dem Preis tue ich mir hier ein bisschen sehr schwer. Ich habe noch ein letztes, oder andersrum, Sicherheitsupdates, da habe ich jetzt was gehört, die kommen nicht monatlich, sondern nur zwei Monate monatlich, also jeden zweiten Monat. Waren sie auf jeden Fall schon mal schneller. Genau, warum sie das jetzt ankündigen, warum das jetzt im Flagship, ich meine, andere schaffen es ja auch monatlich, dann ist sogar Samsung, das mache ich jetzt bei jedem Android-Hersteller, Samsung sagt, vier Jahre Updates, dann will ich das auch bei OnePlus und sehen, die ja eigentlich geschwankt haben. Am Anfang ein bisschen lahmarschig, dann hatte ich sie sehr lange, sehr positiv in Erinnerung, was die Zügigkeit der Updates angeht. Und jetzt aktuell sind sie wieder ein bisschen lahmarschig. Du merkst einfach, wahrscheinlich mit den Nord-Geräten, dass sie jetzt so viele Geräte bedienen müssen, da haben sie nicht mehr die Kapazitäten. Das finde ich ein bisschen schade. Und der letzte Negativpunkt, den ich nach wie vor bei einem OnePlus-Gerät immer raushaue, Einhand-Modus. Wo ist er? Er war in der Beta mal da, dann war er wieder weg, er ist immer wieder weg und bei einem 6,7 Zoll-Gerät wünsche ich mir einen Einhand-Modus. Habe ich jetzt bei allen anderen Herstellern auch. Selbst bei Oppo komme ich jetzt an einen ran, der ist zwar umständlich hinzubekommen, aber OnePlus weigert sich nach wie vor, dem Valtier einen Einhand-Modus zu geben. Finde ich sehr schade. Ich gebe den Leuten mit den kleinen Daumen doch endlich mal einen Einhand-Modus. Genau das. Vielleicht müssen wir jetzt hier auch wie in China auf ColorOS von Oppo wechseln. Und dann habe ich dann auch hier im Umfeld meinen Einhand-Modus. Nee, also dann spart euch lieber den Einhand-Modus. Ich bleibe bei Oxygen Oil. So, das war es auch bei mir. Also schönes Ding, ein bisschen günstiger, fände ich auch noch mal tuffiger gefunden. Ja, also aber man macht damit nichts falsch. Es ist ein 1A-Telefon. Absolut. Ja, damit würde ich sagen, it's a wrap. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und wir sehen uns bei Let's Dance Sparmac Edition. Ciao. Tschüss.